So und willkommen wieder mal zu Let's Play Blacklight, lange nicht mehr gekommen Hab auch etwas lange nicht gespielt, weil ich einfach zu tun hatte Und ja Weil ich einfach zu tun hatte, liebe Freunde, und ich bin gerade schon wieder abgelenkt Deswegen habe ich noch kaum gespielt und boah Muss gleich danach noch eine Aufnahme machen und ich dann wahrscheinlich heute auch noch hochladen werde Oh, boah Ich weiß irgendwo technisch irgendwie was Sein Aber ich bin gerade ganz schön am abfällen, jetzt sollten wir zusammenreißen und dann nochmal hier auf die Aufgabe konzentrieren Tja, letztes Terra ist rausgekommen Höh Loll Was war das gerade? Also heute sieht's schon, ich fähle gerade übel, zumindest endlich mal wieder mehr spielen Haben keine Zeit einfach gefunden und wollte sie auch nicht finden Haha Ne aber Weißt ja wie der Hase läuft ne Ja Jawohl, endlich Mal einen Kill Da oben kommt schon einer gleich Boah Boah, Alter Also wenn man so schießen kann, ist man der rechten Red Da ist ja mal so ein armen Gegner Da ist eigentlich kaum eine Chance Und wir sehen, wir fählen gleich aber richtig ab, liebe Freunde Aber Boah Boah Alter, wie schnell killed der mich Boah Ganz schön heftig hier Ihr seht Das Let's Play kann schon Echt bitter für uns sein, möchte ich mal sagen Ähm, ja Wie man sieht, es macht keinen Spaß zuzuschauen Macht selber grad überhaupt keinen Spaß Wenn man nur am verrecken ist, ehrlich ey, das ist ein Kotzen Ich muss die Frau unbedingt zum Scheiß Das ist ein Scheiß-Rotflug-Visier Wie? Na gut, das ist zwar kein Rotflug, aber Aber naja Agent Level 29 Raketenwerfer auch nicht schlecht Da könnte man echt Bei den Flammenwerfer zulegen Boah CW-525 Wow Mit dem Aus Hä? Boah, ne Irgendeine andere Waffe, ey, das ist echt zum Kotzen Fünfzehn Boah, Eintel Das ist echt Bitter, entweder sind die so gut oder wie so schlecht Aber ich denke ja, dass wir so schlecht Wir so schlecht sind, weil Die überrennen uns ja förmlich Kannst echt den Flammenwerfer nehmen und reinhalten Einfach nur Sooo Schlechte Idee Nicht wahr ernst Niederlage Ihr habt versagt Das ging aber recht flott, deswegen noch eine Hinten da an Ich hoffe, wann das da besser wird 24 Kills, 14 und 10 Ich hab einen Kill, wow Alter, bin ich grad Oh Gott Ich denke mal, die werden so einfach im Bär sein Im Bär, genau Im Bär, genau Im Bär sein Alter Mann Ist dabei gewesen, na wunderbar Äh Ja, genau Gut, okay So, jetzt haben wir genau 50 Sekunden oben über Und zwar Ist die Situation nachzudenken Bin ich jetzt so, bin ich jetzt Bin ich mit den Dings zu Mal gucken Die Musik hält uns auch schon kräftig ein Als nächstes, denke ich mal Wär ich mir den Rotpunkt einfach holen Weil Baa Ne Woraus Gesetz Ich komm mal zum Zocken Capture the Flag ist das nächste Übrigens Nächster Spielmodi Möchte ich mal sagen Ähm Das sieht jetzt gut für uns aus Hier links Oh, jetzt bin ich jetzt weg raus Entschuldigung Ähm, ja Ja Mal schauen Ich hoffe es bleibt so Um ehrlich zu sein Weil Da hätten wir doch schon Auch mal gute Chancen Weil viele jetzt auch gelieft sind Also rausgegangen In dem Falle Jetzt gucken wir nochmal Checken Es sind weniger Aber das sollte doch Trotzdem kein Problem sein Für uns Trotzdem kein Problem sein Für uns Fängt schon gut an Jawohl So sehen wir es Wie es gut anfängt Aber wir sehen Wir sind nicht der erste Der einen umgehen ist jetzt Wahrscheinlich schneller Aber ich denke wir werden das doch schon wieder ganz schön ab Fuck King Shit Ähm Ganz schön failen wieder mal Weil hier Juri Ne Scheint ja nicht schlecht zu sein Kleine Typie Ja 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 Das ist weg Ich habe die Flagge Ey lol Das ist natürlich Na ja Hatten die Flagge mal Aber auch dann schon wieder nicht mehr Wir haben Na ja Ja Werden sie von hinten flankieren Na Juri Kommt nur einer Na Juri Kommt nur einer Ich habe auf keinen Fall noch eine bekommen Weil Das wäre dann fatal Boah Boah Jetzt müssen wir sie unterbinden bevor sie hier hoch kommen Von hier oben schießen können Weil Wir haben so einen komischen Winkel Wo wir Dann immer Wohohoho Scheiße Ja Super Dann schießt den sich Äh Voller lang geschossen Ich bin gerade so reingeswitcht in Indigo Wenn ich es nicht Er hat durch die Wand geschossen Na gut Okay Männer Ja Ja Da war mir irgendwie klar Dass wir jetzt von der Tula 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 Genau Gekillt werden Aber Ne Na ja Was willst du machen Ich glaube ich höre einer Ich glaube ich höre einer Jetzt sind wir hier links Haha Juri Ja Okay Na ja Für Agent 11 29 wird er ganz schön noch Noob finde ich Aber das liegt ganz im Sinne des Betrachters ne So Assi alter Auf dem kann ich keine Waffe aufnehmen Äh Flammenwerfer Ich will Flammenwerfer Ähm Space Hinter uns Über uns Über uns Hätte fast geklappt Hätte ich ein Überraschungsgement auf meiner Seite gehabt ne Aber Na ja Wir werden nicht alles im Leben haben Aber wir fähren schon Haben schon wenigstens 5 Kills mal Nichts Unsere sonderlichen 3 Kills Jetzt kommen sie hinter uns irgendwie Muss ich nicht verstehen Ja weil dann killten es einer Ich habe glaube diesen Juri da getötet Der mir ganz schön auf die Eier geht 6 Kills Also wir verbessern uns Merke ich schon Jetzt wird der alte Shooter King In mir hochfährt Aaaaaber na ja Alter Jetzt häng ich mir fest Was ist denn los Meine Fresse Das ist ja meine Wissen Das war ein super Wurf Falls hier einer rechts in der Ecke steht ne Ja Setter Ich war gar nicht so Ne War gar nicht so schlecht mit meiner Granate Der rechts hinzuwerfen Alter aber Was ist das denn für einen riesen Flecken Scheiße Ich habe die Flakka Und jetzt habe ich sie verloren Alter Einer Im Level 10er Ich habe den Na ja Alter aber Man muss switchen immer so weit rein Hö Ich kann nicht in den Körper gucken Hö Aaaa Ha Juri Weg da weg 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 Boah Alter so eine Sau ey Scheint gut zu sein Ja der hat 15 kills Boah Aber so gut ist auch nicht Weil wir haben neun geguckt Aber meine sieben Obst haben wir geguckt Und mehr Boah Boah Haben wir den weggestammelt Hohoho Alter Mein Liebermann Noch 3 Minuten geht das Mensch Na super Okay Alter bin ich schlecht Nicht genau Alter noch 1 HP oder so Ja Boah Oh mir geht 1 HP Ich bin defrebrillat 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 Oh Boah LoL Ich bin defrebrillat Na ja Graubär Ne 1 zu 1 steht es aber Es sieht so aus Als wenn wir hier Das ruhige Versuch Haben rumzureißen Aber wenn das sehr schwierig war Der hat da so ein komisch Gedöns da hingelegt Warum Deswegen gehen wir mal hier unten Lang und schauen wir Was hier so Geht ein V mal nicht jetzt Da steht einer der hat die Warte du Sack Ich bin defrebrillat Alter scheiße Boah Alter Das war jetzt auch So noobig Ich hoffe ihr habt grad weggegeben Ich hab mich grad selber nie Noobig Scheiße Man müsste eigentlich warten können Bis man die Granate werft 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 Genau Werft Bis man die werft So jetzt hören wir uns die Flacke Die Flacke Hat die Flacke noch Hat die Flacke noch Hat die Flacke noch Aber ich komm Wiederbelebe wiederbelebe Hämmer auf Leertaste Scheiße Da ist er Ja die Flacke Hat die Flacke Ja die Flacke Hat die Flacke noch getötet So Ach der Freund Hat die Flacke Einfach mal rein gerannt hier Ich glaub ich wäre ihm hier lieber mal Alter Alter mach er hin Junge Alter mach Ah Versperren wir nicht den Weg Junge Alter Vater Alter Was wartet der Ich komm ja wie die Karnickel Der kommt nämlich schon der erste Blick um die Ecke Geflitzelt Ist der nur doof Er will die Flacke behalten Ah Na alle nicht in der Offensive Boah einfach darauf freue ich euch auf jeden drauf hier Wer auf die Eier geben will Yes Sieg lol Haben wir gewonnen Haha Wie geil ist das denn? 8 Kills Das war bitter liebe Freunde Aber ne Eine klitzekleine Blacklight Aufnahme Hehehe Auch wenn ihr das so nicht gesehen habt Wie das zum Beispiel Wollen sie jetzt nicht so berauschen Fangen mit 8 Kills 8 zu 17 Hehehe Eher Nooping möchte ich mal sagen Aber naja Das muss ein Ecke wird Rotpunkt sein Oh 100 GPR Und die löse ich natürlich auch ein Noch So 2600 Ne Ich verabschiede mich und sage bis dann Tschaui